Die heutige dritte Ausgabe des Wochenkommentars hat wieder zwei Themen. Erstens den Großangriff der Bundesregierung auf den Klimaschutz und zweitens die Pentagon-Leaks und was sie über den Krieg in der Ukraine aussagen. Zunächst zum Desaster der Klimapolitik der Ampel. Nach dreitägiger Klausur haben SPD, Grüne und FDP sich Ende März auf einen Rahmenplan für ihre Umwelt- und Verkehrspolitik in den nächsten Jahren geeinigt. Das Resultat kann man nicht anders denn als eine Katastrophe bezeichnen. Im Grunde diktiert der radikal-antiökologische Pro-Pkw-Flügel der FDP die zukünftige Verkehrspolitik der deutschen Regierung. SUV-Ultra Christian Lindner kann ganz zu Recht resümieren, wir haben echte Durchbrüche erzielt, wirkliche Paradigmenwechsel und deshalb spricht das Ergebnis einfach für sich. Im Zentrum dieses Programms stehen ein Milliardenbudget in ein beschleunigtes Genehmigungs- und Planungsverfahren für 144 neue Autobahnprojekte. Teils neue Autobahnabschnitte, teils weitere Spuren für bereits bestehende überlastete Autobahnen. Selbstverständlich ist Verkehrsplanerinnen auf der ganzen Welt längst klar, dass neue Autobahnspuren keine Verkehrsprobleme lösen. Es ist längst eine Binsenweisheit, dass Ausbau der Pkw-Infrastruktur die Nutzung des Pkw überall verstärkt, weil das Auto gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln umso attraktiver wird, je massiver die auf Autos zugeschnittene Infrastruktur. Auch in den Planungskommissionen der Ampel werden keine Idioten sitzen. Scholz, Lindner und Co. wissen natürlich, dass die Entscheidung, immer weitere Milliarden, ein immer dichteres Autobahnnetz zu buttern, als wäre es 1965 den Lippenbekenntnissen der BRD zum Klimaschutz diametral zuwiderläuft. Aber langfristige Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen ist nun einmal nicht Sinn und Zweck der Regierungen des bürgerlichen Nationalstaates, sondern Sicherung maximaler Profite des nationalen Kapitals. Und die deutsche Volkswirtschaft ist im außergewöhnlich starken Maß von der Automobilindustrie abhängig. Daimler, BMW, Opel und Co. sind von erstrangiger Bedeutung für den Erfolg des Exportweltmeisters Deutschland auf dem Weltmarkt. Und diese Garanten deutscher Wirtschaftsmacht will man nicht verärgern, indem man ihn durch progressive Verkehrspolitik den nicht unbeträchtlichen deutschen Binnenmarkt verpfuscht. Dass auch die sogenannte Fortschrittskoalition Ampel daran nichts Nennenswertes ändern würde, war bereits angesichts des Wahnsinnsprojekts der A100 offensichtlich. Gegen den erklärten Willen der Berliner Stadtregierung unter ungeheuren Kosten eine neue Stadtautobahnschneise mitten durch Berlin zu schlagen und dafür einen Teil der Stadt zu zerstören. Mit den jetzigen Beschlüssen sollte aber auch dem letzten klar sein, dass auch eine Regierungsbeteiligung der Grünen keinen Unterschied in der Politik des deutschen Staates macht und die Grünen in erster Linie Partei des deutschen Imperialismus und nicht des Umweltschutzes sind. Es kommt mit den Beschlüssen der Ampel übrigens noch besser. Auch die Verpflichtung zu sofortigen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für Infrastrukturprojekte soll wegfallen und durch die Möglichkeit des Freikaufens ersetzt werden. Bisher war es so, dass bei jeder Grünflächenzerstörung durch Infrastrukturprojekte wie eben Straßenbau die Bauträger verpflichtet waren, ein ökologisches Ausgleichsprojekt wie beispielsweise Baumpflanzungen zu realisieren. In dieser Auflage war freilich eher ein Feigenblatt angesichts der Tatsache, dass erstens neue Biotope Jahrzehnte brauchen, um einmal gut entwickelt zu sein und frisch gepflanzte Bäumchen nicht ansatzweise die CO2-Emissionen neuer Straßen kompensieren können und zweitens kein Ausgleichsprojekt, die Schäden für die Natur ausgleichen kann, die beispielsweise das Zerschneiden einer Landschaft durch eine Autobahn bedeutet. Aber selbst dieses Feigenblatt soll nun fallen und statt einer ökologischen Ausgleichsmaßnahme auch einfach eine pauschale Geldsumme gezahlt werden können. Ausdrücklich zur Erleichterung der Planung neuer Verkehrsprojekte, damit die Zerstörung der verbleibenden Naturflächen in Deutschland durch immer und immer mehr Autobahnen noch möglichst schnell und reibungslos vonstatten gehe. Freilich werden grünen Apologetinnen nun einwenden. Diese Zahlungen sollen ja, so die fromme Absicht der Ampel, genutzt werden, um irgendwann irgendwo Renaturierungsmaßnahmen in einem größeren Maßstab zu finanzieren. Wer es glaubt, wird selig. Gleichzeitig wird die wohlgemerkt unter CDU-Kanzlerin Merkel eingeführte Verpflichtung der einzelnen Bundesressorts zur jährlichen Berechnung der CO2-Bilanz ihrer Maßnahmen und die Verpflichtung zur entsprechenden Anpassung bei hohem Ausstoß gestrichen. Stattdessen soll es jetzt nur noch alle paar Jahre einen summarischen Überblick über die Klimabilanz der Ressorts geben. Wer es glaubt, wird selig. Fast schon demonstrativ scheint die Fortschrittskoalition beweisen zu wollen, dass sie in ihrer Umweltpolitik sogar reaktionärer als die CDU ist. Die sogenannten Zugeständnisse an grüne Forderungen muten wie eine Verhöhung an. Auf den Dutzenden neuen Autobahntodeschneisen durch die Landschaft sollen Solarpaneele angebracht werden. Und reiche Leute, die sich für über 4000 bzw. über 7000 Euro jährlich eine Bahncard 100 leisten können, sollen diese nur nach generellem Stadtverkehr nutzen können. All das kommt einer Kriegserklärung an den Umweltschutz gleich. Der deutsche Staat tut einem nicht einmal mehr so, als ob ihm irgendwas daran läge, ob Europa in 100 Jahren noch für Menschen bewohnbar ist, solange vorher die Profite des deutschen Automobil- und Fossilkapitals stimmen. Der Staat, der in Lützerath Umweltschützerin von Polizeihundertschaften wegdreschen lässt, um Platz für neue Braunkohlegruben zu machen, der in Hessen Urwälder rodet, um neue Autobahnen zu bauen und der dreiste Betrugsmanöver seiner Automobilkonzerne zur Fälschung ihrer Abgaswerte politisch deckte, hat auch mit den Grünen das pseudoprogressiven Feigenblatt seinen Charakter kein bisschen verändert. Die Fortschrittskoalition Ampel, auch und gerade die Grünen das ja Aushängeschild, steht bisher für aggressive Umweltzerstörung, für den rapidesten Reallohnverlust in der Geschichte der BRD, für Militarisierung das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Dritten Reich und für die Unfähigkeit und den Unwillen auch nur kleinste gesellschaftspolitische Fortschritte wie das Ende der wahnsinnigen deutschen Cannabis-Verbotspolitik umzusetzen. Es deutet wenig darauf hin, dass daran noch irgendetwas besser werden wird. Zweites Thema der heutigen Episode sind die Pentagon-Leaks und was sie für einen einblickenden Stand des Ukraine-Kriegs geben. Bei diesen Leaks handelt es sich um etwa 100 Seiten vertraulicher interner Dokumente des Pentagons. Nicht nur, aber vorwiegend über den Ukraine-Krieg, die nach außen getragen und auf russischen Social-Media-Kanälen verbreitet wurden, eher die New York Times und andere große westliche Medien die Sache aufgriffen. Im Großen und Ganzen scheinen diese Dokumente authentisch zu sein, auch wenn einige von ihnen von prorussischen Propagandistinnen vor der Veröffentlichung bearbeitet worden sein könnten. Die Tatsache, dass amerikanische Regierungsvertreter vom größten Coup der russischen Spionage seit Kriegsbeginn sprachen und die US-Regierung Twitter und andere Social-Media-Portale zur Löschung aller Posts mit sensiblen Inhalten aus den Dokumenten zu nötigen suchte, sprechen dafür, dass die Informationen im Kern wahr sind. Diese Dokumente geben eine Momenteaufnahme des Ukraine-Kriegs aus Sicht des Pentagons im Februar und März. Ich habe auf Anhieb weder auf westlichen noch auf prorussischen Portalen die gesamten Originaldokumente finden können und muss mich in meiner Zusammenfassung darum auf die Ausschnitte beschränken, die ich zusammensuchen konnte. Die wichtigsten Informationen, die sich darunter auf den Ukraine-Krieg beziehen, sind folgende. Erstens. Die ukrainischen Streitkräfte planen, für ihre große Frühjahrsoffensive etwa 60.000 Mann zusammenzuziehen, die mit über 300 Panzern ausgestattet sein sollen. Etliche Einheiten davon sollen ausschließlich mit den modernsten bisher gelieferten westlichen Waffen- und Ausrüstungsgegenständen versehen sein. Diese Informationen sind nicht allzu überraschend, aber sie unterstreichen, dass die Ukraine, sollte die große Frühjahrsoffensive tatsächlich kommen, damit alles auf eine Karte setzt. Wenn diese Offensive in den mittlerweile massiven russischen Befestigungssystemen entlang der Frontlinie stecken bleiben und unter hohen Verlusten scheitern sollte wie die russische Winteroffensive, dann dürfte die ukrainische Offensivkraft damit dauerhaft erschöpft sein. Die Ukraine hat kaum eine eigene Rüstungsindustrie, um Verluste auszugleichen und ist nahezu vollständig auf Spenden der NATO angewiesen. Dieser hat ihre Lage aber langsam leergeräumt und wird, ohne ihre eigenen aktiv genutzten Bestände zu schmelzen, in absehbarer Zukunft keine annähernd vergleichbaren Mengen an modernen Panzern, Geschützen und vor allem Munition mehr liefern können, wie die Ukraine sie in den letzten Monaten erhalten hat. Alles, was bei dieser Offensive an modernen westlichen Equipment verloren geht, wird in absehbarer Zukunft nur noch tröpfchenweise ersetzt werden können. Wenn diese Offensive katastrophal scheitern sollte, dann ist das Thema der Wiederherstellung der Grenzen von 2021 militärisch endgültig erledigt, von der Wiederherstellung der Grenzen von 2013 ganz zu schweigen. Zweitens. Aus den geliebten Dokumenten geht hervor, dass die Lage in Bachmut Ende Februar, Anfang März desaströs war und die Stadt und damit tausende ukrainische Verteidiger unmittelbar vor der vollständigen Einkesselung durch die Russen standen. Kirill Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, habe die Lage als katastrophal bezeichnet. Die Einkesselung und Vernichtung der Garnison von Bachmut habe im letzten Moment nur durch das Heranführen von massenhaft ukrainischen Elite-Truppen verhindert werden können, die eigentlich für die große Frühjahrsoffensive vorgesehen waren. Das bestätigt die auch von westlichen Militäranalysten in den letzten Wochen wiederholt geäußerte Einschätzung, dass die Verlustraten in Bachmut für die Ukrainer seit Januar, Februar äußerst ungünstig sind. Die weitere Verteidigung der Stadt, die ukrainische Militäre schwächt und nur aus politischen Gründen fortgesetzt wird. Auch auf die Gefahr hin, dass die Verluste in Bachmut die ukrainische Lage strategisch verschlechtern und eine erfolgreiche große Gegenoffensive unwahrscheinlicher machen. 3. Die internen Dokumente warnen, dass die ukrainische Luftabwehr aufgrund von Munitionsmangel kurz vor dem Zusammenbruch stehen könnte. Munitionsmangel herrscht inzwischen, da die NATO-Lager stark ausgedünnt sind, so ziemlich überall. Oft diskutiert wurde das schon in Bezug auf die Artillerie, wo die russische Produktion die NATO-Lieferungen an die Ukraine deutlich übertrifft, sodass die ukrainischen Streitkräfte ihre prestigeträchtigen neuen westlichen Geschütze nur noch sehr eingeschränkt nutzen können. Besonders gravierend dürfte laut diesen Dokumenten aber die Lage in Bezug auf die Luftabwehr sein. Trotz zahlreicher Lieferungen westlicher Flugabwehrsysteme an die Ukraine beruht die ukrainische Luftabwehr immer noch weit überwiegend auf sowjetischen Systemen wie S-300 und Bug. Diese Systeme sowjetischer Art machen immer noch etwa 90% des gesamten Bestandes an Luftabwehrsystemen aus. Und für diese Systeme produziert kein NATO-Staat Munition. Sobald die ukrainischen Bestände und das, was die osteuropäischen NATO-Staaten noch in ihren Lagern liegen hatten, einmal verschossen sind, gibt es hier keinerlei Nachschub mehr. Lauten Berechnungen der USA dürfte zwischen Mitte April und Ende Mai der Punkt erreicht sein, an dem die ukrainischen Luftabwehrsysteme sowjetischen Typs, also 90% aller ukrainischen Luftabwehrwaffen, wegen fehlender Munition kaum noch einsetzbar sein werden. Sollte das tatsächlich eintreffen, könnte es zu einer dramatischen Wende des Krieges führen. Die russische Luftwaffe ist der ukrainischen dramatisch überlegen. Russland hat etwa 900 Kampfjets, von denen momentan etwa 485 in der Ukraine stationiert sind. Die Ukraine verfügte bei insgesamt 85 Kampfjets. Dass Russland diese extreme Überlegenheit an Kampfflugzeugen bisher nur sehr eingeschränkt ausnutzen konnte, liegt an der ziemlich hohen Dichte ukrainischer Luftabwehrstellung. Kampfflugzeuge sind extrem teuer und ihre Piloten sehr schwer ersetzbar, weil sie, um effizient eingesetzt werden zu können, eine sehr lange Ausbildung brauchen. Eine viel längere als ein Panzerfahrer, der Artillerist beispielsweise. Wenn Russland durch massenhaften Einsatz seiner Luftwaffe hunderte Kampfflugzeuge durch ukrainische Luftabwehrsysteme verlieren würde, würde das die strategische Position Russlands schwerer und nachhaltiger beschädigen, als selbst der Verlust von tausenden alten Panzern und Schützenpanzern. Deswegen wurde die russische Luftwaffe bisher nur sparsam eingesetzt. Wenn nun aber 90 Prozent der ukrainischen Luftabwehr durch Munitionsmangel de facto ausfallen sollten, würde auch das Risiko für russische Kampfflugzeuge entsprechend sinken. In diesem Fall könnte die weit überlebene russische Luftwaffe mit vertretbaren Verlusten massiv eingesetzt werden und den russischen Bodentruppen die bisher fehlende entscheidende Unterstützung aus der Luft geben. Insbesondere würde der ukrainischen Artillerie die Zerstörung drohen, wenn hunderte russische Jets relativ gefahrlos den Himmel patrouillieren und innerhalb von Minuten überall zur Stelle sein können. Ohne effektive Luftabwehr droht ein Zusammenbruch der ukrainischen Streitkräfte. Möglicherweise steht die Entschlossenheit der Ukraine zu einer großen Frühjahrsoffensive trotz der damit verbundenen enormen Risiken auch damit im Zusammenhang. Es ist absehbar, dass die Munitionslage für die Ukraine in einem Monat deutlich schlechter als jetzt und in zwei Monaten deutlich schlechter als in einem Monat sein wird. Das Zeitfenster, in dem eine große Offensive überhaupt noch Erfolgschancen haben kann, schließt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn man noch deutlich länger wartet. 4. In einem der Dokumente findet sich auch eine mutmaßliche amerikanische Schätzung der bisherigen Verluste beider Seiten. Allerdings existieren davon zwei einander stark widersprechende Versionen, die beide dem Verdacht unterliegen, manipuliert zu sein. In der einen Version heißt es, bisher seien schätzungsweise 16.000 bis 17.000 russische und 71.000 ukrainische Soldaten getötet worden, was in völligem Widerspruch zu bisherigen öffentlichen westlichen Schätzungen über viel höhere russische als ukrainische Verluste steht. Die russische Gefallenzahl jedenfalls scheint viel zu niedrig, angesichts der Tatsache, dass von Open-Source-Portalen allein schon etwa 20.000 russische Gefallene namentlich identifiziert wurden und allein die Volksrepublik von Donetsk, die nur einen kleinen Bruchteil der Invasionsstreitmacht stellt, ihre eigenen Gefallenzahlen offiziell mit bereits über 4.000 angeht. Die zweite Version wiederum gibt die russischen Gesamtverluste mit 189.000 bis 223.000, davon 43.000 Gefallene an. Die ukrainischen Gesamtverluste dagegen mit 124.000 bis 131.000, davon 17.500 Gefallene. Hier wiederum scheinen die ukrainischen Gefallenzahlen unglaubwürdig niedrig, angesichts der Tatsache, dass selbst ukrainische Regierungsvertreter seit letztem Sommer wiederholt von täglich hunderten ukrainischen Verlusten sprachen und die Rate von sieben Verwundeten pro einem Gefallenen auf ukrainischer Seite unglaubwürdig niedrig erscheint. Es bleibt wohl dabei, dass es einigermaßen zuverlässige Gefallenzahlen erst Jahre nach Ende des Krieges geben wird. 5. Aus den Dokumenten geht hervor, dass im September 2022 beinahe zum Abschuss eines britischen Überwachungsflugzeugs durch russische Kampfjets über dem Schwarzen Meer gekommen sei. Ein russischer Jäger habe eine Rakete auf das britische Flugzeug abgefeuert, ist aber verfehlt. Ein Abschuss hätte potenziell die Ausrufung des NATO-Bündnisfalls und damit den offenen Krieg mit Russland bedeuten können. Natürlich gibt es da keinen Automatismus. Der Abschuss eines Flugzeugs zwingt die NATO nicht, einen Weltkrieg gegen Russland zu führen, wenn sie das absolut nicht will. Er liefert aber einen ausgezeichneten Vorwand, wenn man es will. Und Meldungen über einen solchen Abschuss mit zahlreichen getöteten britischen Luftwaffenangehörigen könnten, sobald sie einmal medial aufgegriffen wurden, eine nicht mehr kontrollierbare Kettenreaktion auslösen. Solche Vorfälle rufen in Erinnerung, dass eine Eskalation des Stellvertreterkriegs zum offenen Weltkrieg keine ganz unrealistische Option ist und diese Gefahr umso höher steigt, je länger der Krieg andauert. Zusammengenommen zeigen all diese Dokumente sehr deutlich, wie wirklichkeitsfern die Vorstellung ist, die Ukraine habe realistische Aussichten, in den nächsten Monaten ohne direkte massive Kriegsbeteiligung der NATO einen vernichtenden konventionellen Sieg über Russland zu erzielen und mit wehenden Fahnen in Donetsk, Lugansk und Sevastopol einzurücken. Genau das ist aber das vorherrschende Narrativ der NATO-Regierung und ihr ergebener Medien. Wir müssen die Solidarität mit der Ukraine in Form massenhafter Waffenlieferungen nur noch ein bisschen länger aufrechterhalten. Dann wird Russland kollabieren, die Ukraine die Grenzen von 2013 wiederherstellen, alles mit einem Happy End und einem großen Triumph der Freiheit schließen. Diese Dokumente unterstreichen, dass die NATO-Regierung mit so etwas selbst nicht rechne. Das Ziel der Verlängerung des Krieges, die USA als militärischer Protektor der Ukraine haben gerade wieder klargestellt, dass Friedensverhandlungen momentan ausgeschlossen seien, ist offensichtlich nicht die Erfüllung des hellen Märchens vom großen ukrainischen Sieg, sondern die weitere Zermürbung der russischen Streitkräfte durch möglichst lange Aufrechterhaltung eines Abnutzungskrieges, an dessen Ende zwar gewiss nicht der Zusammenbruch Russlands, aber doch eine jahrzehnt-jahrelange Schwächung der strategischen Schwellstellung des geopolitischen Rivalen steht mag. Und diese Schwächung wird umso stärker sein, je länger der Krieg dauert, auch wenn dafür wieder 10.000 Osteuropäer in der bestellten großen Frühjahrsoffensive sterben müssen, von deren Washington selbst niemand glaubt, dass sie den Sieg bringen wird.